Liebe Freunde, herzlichen Dank für eure 300 Abos. YouTube war jetzt auch so nett und hat hier den Community weiter freigeschaltet. Darüber kann ich dann Beiträge verfassen. Einen ersten Beitrag habe ich auch schon mal verfasst. Und ja, es gibt jetzt in dem Zusammenhang auch ein kleines Spezial zu Civ 6. Klar, auf meinem Kanal gibt es viele Spiele und die einen interessieren sich für Civ 6, die anderen für XCOM 2, für Victoria 3 oder was auch immer. Ja, es gibt da jetzt ein Spezial zu Civ 6 und die Civ 6 Freunde wird das freuen. Den anderen, ja was soll ich sagen, freut euch für die Civ 6 Spieler. Und ja, also es gibt jetzt hier ein Spreadsheet und da habe ich die letzten drei Partien aufgeführt, zu denen es auch ein Let's Play gibt. Und die Let's Play ist erreicht ihr hier über den Playlist-Link. Und ja, es war einmal mit Periklis, dem Griechen, Gottheit of Terra. Dann J.Vorman, der Siebze, mit den Chimean, auch Gottheit of Terra. Und Dido, Phönizien, Gottheit. Und da haben wir eine Kontinent-Karte gespielt. Und ja, ihr findet hier dann die Karten-Nummern, die Seed-Nummern. Da könnt ihr euch dann entsprechend auch ein Spiel bauen, das die gleiche Karte hat und das dann nachspielen. Oder ihr könnt auch hier über den Link direkt das Save-Game aus der ersten Runde herunterladen. Ja, wie gesagt, hierüber kommt ihr dann direkt zum Let's Play. Den Civ 6-Freunden wünsche ich viel Spaß. Soge hatte da ja explizit nachgefragt gehabt, zu der Karten-Nummer von Dido. Bei zukünftigen Civ 6-Partien werde ich das dann auch entsprechend hier eintragen. Und ja, ich denke mal, ich werde es dann veröffentlichen. Nicht ganz so spät, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern ungefähr dann, wenn die Karte größtenteils aufgedeckt ist. Ja, ganz am Anfang möchte ich den Seed nicht veröffentlichen, damit mich dann niemand ärgern kann. Aber dann, ja, vielleicht wenn die Erde dann einfach horizontal umsegelt ist, dann könnte ich das hier auf jeden Fall eintragen. Ja, also wie gesagt, viel Spaß dabei. Und wenn ihr da interessante Partien erlebt habt, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich lese das alles, lese jeden Kommentar. Und ja, ansonsten auf den nächsten 300 Abos, würde ich sagen. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Bye, bye.